Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog-Eintrag. Heute hier im Wald bei Wiesbaden-Rambach und mit der Tanja unterwegs. Hallo. Tanja, Entschuldigung. Hau mich ruhig. Entschuldigung, ich habe mit dem Ellbogen gerade mal eine gedonnert. Ja, was wir jetzt gleich machen, sehen Sie nach dem Intro. Sport, Sport, Sport. Oh Gott. Jetzt sind wir wieder hier an unserem Berg in Rambach angelangt. Den müssen wir jetzt mal hoch. Zeig ich mal sechsmal, siebenmal. Wie oft machen wir? Das ist ein bisschen verrückt heute Morgen. Wieso, was denn? Das ist Außentemperatur 38 Grad gefühlt. 38 Grad gefühlt bedeutet, ja, das ist, wie viel haben wir denn heute? 31. Okay. Also wie viel? Sechs. Wenn die Tanja sechs hat, dann kommt mir das so ein bisschen komisch vor. So. So. Sechs. 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 so das war jetzt hier eine kleine zwischenübung muss mal spucken entschuldigung macht man beim sport so ist erlaubt so wir laufen mal weiter ich bin mir nicht ganz sicher ob das so stimmt mir kommt es immer länger vor gefühlte 8 laufen wir mal weiter gerade den arschlochberg hier hochgelaufen viel spaß noch so wir nächsten sind ja nicht hier jumpy jump jumpy jump einmal durch ich bin ja auch gleich dran mehr geht nicht achso muss man sagen genau kanja ist verletzt stimmt hättest du vorher sagen können da ist das tape die achillessehneferse ist es ne achillessehneferse ist doch egal auf jeden fall da ohne irgendwas also weiter aber du kannst mir jetzt zeigen wie das geht ja ja ich sag's dir mal so jetzt zeig ich dir wie es geht warte mal ja oh 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 Sehr gut. Letzter. Jawohl. Nicht ganz. Sau hoch. Guck mal. Ich bin 1,87 Meter groß. Was bist du? Den Arschlochberg haben wir hinter uns. Gott sei Dank. Und jetzt laufen wir runter. Sehr angenehm. Die Landschaft meint es gut mit uns. Aber ich merke halt, ich war ja gestern laufen. Gestern war ich ja zwölf Kilometer laufen. Du kannst viel erzählen. Guck dir mal meinen letzten Sportvlog an. Das war gestern Abend. Wir sind jetzt Ortszeit 10.30 Uhr. Vor genau zwölf Stunden, ne, 13 Stunden so, 13 Stunden bin ich angekommen, weil wir mit zwölf Kilometer laufen. Und jetzt bin ich mal wieder unterwegs. Das merkt man in meinen alten Knochen. Ach ja. Du bist doch ein junger Vogel. Joja. Joja. Wir sind bei der nächsten Übung Sit-Ups da hinten. Da hätten wir ein bisschen Sit-Ups. 15 Stück. Ja. 15. 15 Stück. Ja. 15. 15 Stück. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Ja. Weiter laufen. Weiter laufen. Wir müssen weiter laufen. So, wir sind mal ein bisschen weiter gelaufen. Ja. Weil die fünf Kilometer waren uns zu läppig. Ach so. Easy. Ja. Wenn wir gleich ankommen, wenn wir so um die 8 haben, nehme ich mal an. Glaube ich. Obwohl es echt scheiß anstrengend ist gerade. Bis gleich. So, jetzt sind wir an unserem Parkplatz wieder angekommen. Juhu. 8 Kilometer gelaufen. War schon weit. Ja. War schon weit. Besonders, weil ich gestern 12 gelaufen bin. Du hast ja gestern gefaulenzt. Ist nicht ganz wahr. Was hast du denn gemacht? Geputzt? Vorgestern habe ich mit dir was gemacht. Vorgestern. Aber gestern hast du nur geputzt und sonst gar nichts. Immerhin. Das zählt nicht als Sport. Ja. 8 Kilometer heute gelaufen. Sau geil. Ich brauche jetzt erstmal einen Tag Pause. Ja. Das geht so nicht. Deswegen. Wir sehen uns beim nächsten Sportvlog. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ciao. Cheerio mit Sophie.